Ok, bei mir seid ihr ganz anders, geile Leck. Ok, wir kommen von Westen reingeflogen. Ja. Von Westen mitten drüber. Ich könnte versuchen nach Rostock zu gehen oder Jasna Polanyjana. Nach Rostock? Ja, oder Jasna Polanyjana, das ist nicht ganz auf der Linie, glaube ich. Das ist weiter nördlich. Alles scheiß, oder? Ja, wir müssen uns irgendwann entscheiden jetzt demnächst. Rostock, wie dem Rostock neben mir. Ich sag dann, sag dann. Nehmen wir mal ne andere Stadt, nehmen wir mal was anderes. Tätig zum Rauss springen und los. Das ist da am Wasser, ne? Ja, das ist die Stadt am Wasser. Wir landen nördlich von der Straße. Oder wollt ihr ins Wasser da direkt? Ne, irgendwie aufsteht das im Wasser, ne? Ne. Ich seh keinen einzigen Gegenspieler hier bei uns. Ja, komm vielleicht gleich. Doch, links! Links über uns. Ehm, what? Links über uns? Moment, links über uns? Ne, ich seh nix. Ich seh auch niemanden, ich seh nur Tropfen. Oh, das sind aber wenig Häuser. Da irgendwie auf der Map größer. Aber hier gibt's ja noch ein paar Häuser in Laufreichweite. Gehen zur Lagerhalle. Ja, ganz links gehen welche runter. Willst du gleich zur Lagerhalle, die dann oben ist? Links hinten, ja. Okay, wir sind safe erstmal. Hier sieht's gut aus. Die Nachbarsachen sind eher... Da steht auch ein Auto. Oh doch, zwei Leute kommen hier noch runter. Hinten an der großen Scheune. Oh, bei mir. Scheiße. Dreier, Vierer Squad. Die hier noch direkt runterkommen. Die sind in die Scheune gegangen, ich hab abgedreht, weil die alle hin sind. Ja, ich hab ne M4. Ne, ne Pumpgun. Cool, natürlich. Die Autopumper hast du dann. Am Anfang... Ja. Halt, energy drink will ich mitnehmen. Halt. Boah, Serverlick wie die Hölle. Ja, das sind ja gegen die Hölle. Ich glaub ich renne einfach aus Vernunft. Hier ist keine... Jetzt macht die Tür doch mal auf! Die Tür geht auch automatisch wieder zu. Ja, Alter, ganz ehrlich, ihr Spiel macht mich grad fertig. Ich darf nicht so spammen, dann machst du wieder die Tür zu direkt. Ich hab ne Pistole bis jetzt nur. Ich hab gar nichts. Ich renne zu euch. Ich weiß Pumpgun die Kacke. Ich hab ne UMP. Die ist natürlich nice, von Anfang. Wie steht ein Auto? Irgendwie hier halb umgedreht. Ich denke an die Leute wissen, dass wir hier unten sind. Oh Leute, hier steht ein Auto halb von der Straße runtergefahren. Ja, voll komisch, ne? Ich hab nen Crossbow. Hup, hup. Hey. Alter, hier ist ja nix. Zeistat. Zeistat, hier geh ich nie wieder hin. Nee. Da musst du ja mal testen. Wir waren ja noch nicht. Wir kriegen kein Geld mehr von mir hier. Alter, leck das aber. Boah. 2 Sekunden zum Nachladen, Alter. Hier zum Waffelladen brauche ich. Aber ich irgendwie nicht. Also bei mir geht's so recht weit. So was passiert. Ich laufe hier rechts mal kurz. Jetzt noch nen Rucksack im Haus, wenn jemand möchte. Wo? Wer bist du, oder mal? Dickey. Äh, Downy. Okay, da komme ich zu dir. Ich bin grad direkt nebenan. Dickey, Downy. Ich brauch nen Engennamen. Ich kann noch nicht ganz auseinanderhalten. Wir sollten auf jeden Fall... wahrscheinlich den gleichen wie du führen. Ja, ja, ich glaub du bist genau das gleiche. Hey, ich find nur noch Rotpunkt-Visierer jede Runde. Ja, nehm ich, nehm ich, nehm ich, nehm ich. Komm mal eins ein. Komm schon. Kannst du übrigens auch mal nen Crossbow in den Rotpunkt-Visier packen. Na, ich nehm auch eins gerne. Hier im Haus ist n Ding, wenn die reinkommt. Komm rein hier. Ja, was? Ich hab ihn doch schon mit dem Rucksack. Hab ich doch schon. Achso. Ich hab ihn schon genommen. Da hab ich wohl die Dudes bleiben. Die werden das gleiche Problem haben wie wir wahrscheinlich. Ich kenn den richtig guten Rucksack. Was sind jetzt da? Droppen an den Dings? Ja, hier nicht direkt, ey. Lass erstmal da in das Haus oben. Auf Sankenzone mäßig. Ach, wir sind ein Stück außerhalb. Okay. Ich geh mal hier in das rote Haus nach oben. Oder wir sollten auch glaub ich demnächst weiter. Ich glaub hier gibt's nicht so viel. Problem ist halt, wenn wir weiterlaufen, dass man im Zweifel nicht kämpfen kann. Jetzt noch mal nen Rucksack, wenn jemand möchte. Ich seh die Dudes immer noch an der Scheune oben rumrennen. Ja? Ja, die haben Panik wahrscheinlich. Die kommen gar nicht raus. Trauen sich nicht. Oder die vergewaltigen irgendwelche Tiere an der Scheune oder so. Also einen hab ich nur gesehen, ne. Kann sein, dass irgendein anderer hier schon auf dem Weg hier runter ist und uns auch sucht. Wie heißt das Schroßflinte, wenn jemand möchte? Ich hab ne Uzi. Die übrig ist. Bei mir. Wo ist Nils? Ich muss matzen Nils jetzt. Nein, die müssen weiter. Hier gibt's nix. Das ist hier total leer. Wir brauchen uns nen Uzi-Punkt. Gehen auch in das kleine Haus hier. Ich nehme die Uzi jetzt mit für jemanden, der das braucht. Der noch keine Sonstwaffe hat. Los, auf gehts, runter Richtung dieser Festschritte. Hier ist noch ne Weste, ne Level 1 Weste, wenn ich möchte. Das Problem ist, wir brauchen... Hier, ich bin da drinnen, in links, ja. Ich hab jetzt auch ne Shotgunne. Wir brauchen ne Waffen. Also so wie jetzt ist es gerade richtig schlecht. Wie geht, ich hab ne Uzi und ne Schrotflinte. Wenn jemand die Uzi haben will. Position 776 bräuchte ich, dann hab ich zumindest mal ne Akkabutschier fertig. Wir können auch links in die... Äh, Nils, kommst du runter, draußen an den Dings? Warte, komm hoch hier. Schule, würd ich ehrlich gesagt meiden. Warte, was sagt eh das? Ja, da sind jede Menge runtergegangen, würd ich auch nicht rein wollen. Hast du noch hier irgendwie, wer, Handgriffe oder so? Ne, ja doch, nehm ich, nehm ich, nehm ich, nehm ich. Ich hab auch erweitertes Magazin, nimm dies erst mal, ja, das. Ich geh jetzt weiter. Geh jetzt in die nächste Stadt, die hier ist, ich hab eh nix, wenn ich sterbe, es ist wurscht. Du hättest, wenn wir nen Uzi haben können. Ja, ich hab ne Pumpgun, dann renne ich jetzt einfach in die Häuser hier rein. Dann rennen wir die aus hier rein. Ich mein, ich hab wirklich nix außer ne Pumpgun. Sind wir noch in der richtigen, in der Gegend? Was ist das? Nein, wir müssen nach Süden, wir müssen nach Süden und... Aber wir haben ja Zeit beim ersten Kreis. Wir sollten in der Schule wahrscheinlich vorbei. Kommt mal zu mir noch, hier gibt's nämlich noch Häuser. Ja, unterwegs. Hä? Sag mal, findet... findet ihr irgendwas? Ja. Ja, aber nicht so geile Sache. Also wirklich Zeit, der ist ja für die AK, ey, der WTS, das hab ich ja noch nie gehabt. Das KS. Was gibt's? Ja. WTS? So, wir finden nix. Oh Gott. Weck in die Tür. Ein guter Zeit, einfach wow. Damit kannst du die Gegner bewerfen. Wieso, ich hab da ne AK. Ja, immerhin. Aber nur 30 Schuss. Weiß ich nicht nur. Ich hab ein Extended-Mac für die AK. Hier ist ein Auto, wir können fahren. Hier ist der SKS für jemand, oder? Ja, dann safe, wir fahren das irgendwo hin. Nimm die SKS doch, oder? Ich hab UMP. Meinen Sie sich nicht besser, die SKS? Ich finde die UMP besser, tatsächlich. Aber es kommt auch an die Spielzeit auf Nah- oder Fernkampf, ne? Ja, deswegen... Wobei ich Shot kann. Wo steht denn das Auto Sigi? Ja, hier niedlich. Ich bin im Haus hier neben mir. War das eben. Das steht da drinnen. Ja, ich hab 5,56er Muni. Ja, ich bringe nix. Hat keiner ne Ami-Waffe? Aktuell zumindest nicht. Ich hab nix. Ich lauf hier grad nen Lack rum eigentlich. Ich hab nen dicken Rucksack an, und das war's. Jetzt hast du schon nen Rucksack gefunden. Ja, der ist komplett leer. Ah, 7,62 Munition hab ich einmal. Nice. Hallo. Hui. So. Na ja, nix weiter. Und raus. Da sind wir denn... Sind wir jetzt alle? Zeit. Hallo Häuser. Wir haben sogar... Ja, so grob. Sagen wir's mal so, oder? Na, hier ist noch ein Haus, da geh ich nochmal rein. Ich glaub da war ich schon drin, aber... Das hab ich glaub hier in Zukunft... War's ja ein Auto. Nehmen wir das eigentlich? Ja. Ich seh... Ich war's noch nicht drin. Ab 9mm. Hier liegt ne Level-2-Waste. Und ne Pistole. Ich glaub der mit der besten Waffe soll die Level-2-Waste nehmen. Ja. Ich hab auch ne Level-2-Waste. So, wie sieht's aus? Fischen wir das Auto auf. Und am Süden brauchen wir nicht. Das ist zu heftig. Da sind so viele Leute. Aber der Kreis kommt doch. Wir müssen jetzt... Auf jeden Fall müssen wir jetzt. Sonst fährt ihr mal irgendjemand. Ich fahr nicht. Dann müssen wir aber sagen, wohin. Oder wir müssen losen. Ja, in den Kreis rein erstmal. Aber fahr, fahr, fahr mal am besten von der Stunde vorbei. Moment. Hier komm ich nicht raus. Dann fahren sie raus. Kann man eigentlich beim Fahren Aussagen machen? Wegwerfen ja, ne? Ja. Sollte gehen. Warum sollt ihr das nicht gehen? Weil dann wär ich jetzt... Westlich an der Schule vorbei, habt ihr gesagt. 7.62 hast du? Aber ich glaub, die bleiben nicht im Auto liegen, sondern die bleiben auf dem Boden liegen wahrscheinlich, oder? Hast du 7.62 Muni liegen? Nö. Ich hab nix. Ich hab Kaliber 12 Muni. 7.62 hab ich 30 Schuss. Vor uns. Leute auf der Straße. Ja, versuchen zu überfahren. Komm, wir fahr weiter. Einfach rein. Ich hab mir überhaupt nicht. Ja, ich bin auch immer links-rechts gefahren. Wie öfter sind die besoffen, die Typen? Aber die waren... Guck mal, die hatten alles, ey. Die hatten schon Alkaas, M4s. So, wir sind wieder im Ding. Fahr links zu den Turm, links zu den Turm, zu den Turm, da links. Okay. Hier geradeaus zu mir. Sollen wir ein kleines Radargebäude? Wir kommen da überall. Dann kommen wir drauf. In das Gebäude, in das Gebäude. Wir Glück haben Leute, es greifen jetzt hier mit 3 Minuten. Ja, hier sind die Türen schon auf. Die war schon niemand. Dann Richtung Südwesten einfach weiter. Hier brauchen wir nicht weitergucken. Aber ohne Auto jetzt, oder? Ja. Ich spreng das Auto gleich in die Luft. Wenn das überhaupt geht. Ja, du kannst es kaputt machen. Das ist ein Gefährt. Ja, das hat auch nicht mehr viel. Das Witzige ist auch, dann bleibt es sich auch instant stehen, ne? Also, dann nix bremsen oder sondern wirklich instant. Steh das Ding. Kommst du bitte, Alex? Ja, ja. Ich hab echt nur eine ozionisch-rotflinte. Ist nicht sogar... Wow. Wow. Hast du echt jetzt? Hast du echt jetzt? Ich würde nie erschossen und dann ist die Handkannade los. Ich lebe nur noch. Oh, Alter. Genau das... Das war Quatsch gerade, was du gemacht hast da. Ich bin ein Hund. Oh, rechts laufen sie Richtung Osten. Ja, wandern die wahrscheinlich. Feuer eröffnen, oder? Die reinen nach Osten an uns vorbei. Nein, nicht eröffnen. Hast du was zum Heilen für dich? Nach Südosten. Drei Leute. Da hat ja direkt ein Treffer gelandet bei mir, der Typ. Äh, nicht schlecht. Ah, die sind jetzt... ...120 so ungefähr. Aber du... Du hockst hier so auf der Treppe... Ja, jetzt komm ich runter. Ich bin da gesprungen. Aber die 120 sind mitten in der Bombing Area. Ja. Ist das Auto wenigstens kaputt gegangen? Oder ist die Handkannade woanders hin geflogen? Die muss doch bei dir explodiert sein, oder? Nee, ich würde niedergeschossen. Äh, Siege, hier. Du brauchst das Team 6 Fire. Ja. Ich würde nur niedergeschossen. Die Handkannade ist irgendwo weggeflogen. Aber ich weiß nicht wohin. Wo bist du denn unten? Neben dir. Boah, nice, danke. Oh, geil. Wir sind zwei Magazinen, Alter. Äh, brauchst du noch einen Scope? Äh, ja. Wieso bitte eins nehmen? Ich hab auch noch einen Extended Magazin. Ja, dann nimm du meinen Rotpunkt. Ich nehme auch das Holo. Ich steppe mich nicht. So, gehen wir weiter? Ja, ne? Dann müssen wir jetzt langsam. Aber das Auto lebt noch. Nicht zum Auto gehen. Nicht zum Auto gehen. Aber Auto ist weg. Würde ich mich schon mal interessieren, wie das aussieht, wenn das Auto kaputt ist. Links von uns hast du gesagt, Schüster? Östlich, ja. Ja, links von uns. Mal grad sagen, bitte. Richtig. Hm. Ganz schön nass hier. Da können wir hin. Ja, die Ruinen weiß ich nicht. Oder was du bist finden. Aber da kannst du auch finden. Wo bist du? Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab auch noch einen Energydrink. Ja, hier liegt eine Saiga. Die taue ich doch da aus. Hier ist noch ein Mantel in den Schwarzer. Soll ich den mitnehmen oder hast du Platz? Hier ist ein Mantel bei mir, wenn jemand möchte. Nee, ich möchte diesen Energydrink haben. Ja. Hier war aber anscheinend niemand drin. Liegt noch mal eine Schuss auf. Nee, hier geht selten jemand hin zu den Ruinen. Hier liegt ja sogar gar nicht so wenig. Wir haben 16a. Oh, hier liegen noch zwei Zweierwesten. Also noch eine Zweierweste ist übrig. So, dann kommt mal hier in meine Richtung. Wo wollten die überhaupt hin? Wir sind noch im Kreis. Jaja, ich will hier jetzt in den Häusern. Der will hier noch mehr Waffen looten, weil die Hälfte von uns ja keine gute Waffe hat. Hier liegt ne UMP. Oh, UMP nehm ich. Mit Munition. Aber da könnt ihr Munition geben für die UMP. Ich hab Munition. Ich hatte schon ne Uzi. Der ist Ultralade drauf. Nee, ist weit weg. 300 Schuss. 200 Meter. Naja, ist das mehr. Oh. Da noch AK Munition. Oh nein, das nehm ich. Nehm ich, wenn du nicht brauchst. Ich hab nicht einen Sunny-Koffer noch nicht. Einen Sunny-Koffer, Alter. WTF, Alter. Wir sollten uns, glaub ich, gleich zusammenstellen und alles mal gucken, was wir am besten so aufteilen. Ja. Ne? Level 1 Helm, falls noch jemand keinen hat. Munition nehmt ihr ja alles schön mit, ne? Ja, ja. Alles was ihr findet, ne? Gut. Rucksack. Da ist nix. Hab wir nix anders hier. Okay, dann lass uns mal irgendwo treffen und mal kurz gucken, wer was braucht. Wir müssen laufen jetzt. Wir müssen jetzt dringend laufen gleich, ne? Also wir haben ein ganzes Stück vor uns. Oh ja. Wir haben ein ganzes Stück vor uns. Wir glaub, wir können uns nicht so einfach treffen. Müllf mal einer noch Munition, bitte. Eine 5, 5, 6er. Hab ich nichts. Hab ich gar nicht. Hab ich einen 10 Schuss habe oder sowas. Und haut euch einen Energy-Drink rein, wenn ihr habt. Ich hab's abgelegt bei mir. Unter mir. Warte mal, du brauchst... Hier, das ist doch auch noch für deine. Ja. Äh, ne. Das IP. Hat einer von euch einen Rotpunkt? Wurmge, ja. Okay, irgendwie 5 jetzt so. Hier kann ich's drauf an. Ja. Go, go. So, seid ihr Schlagler? Los. Richtung 240 laufen Leute. 250. Also genau. Fast genau vor uns. 250 bis 260. 2 mindestens. Mehr hab ich noch nicht gesehen. Boah, keine Ahnung. 300 Meter, 200 Meter. Na, da laufen sie. Da hab ich nur einen Red Dot drauf, ey. Ja, jetzt seh ich sie auch. Die aimen auch gerade. Na, ich seh sie auch. Na gut. Wir laufen denen mal hinterher. Die haben sich hingesetzt und aimen in unsere Richtung. Ne, der aim war in der Sinn. Okay, das sind 2 Leute. Lass uns gucken, nicht schießen, nicht schießen. Aber die aimen in ne andere Richtung. Die aimen auf die Häuser. Wartet, nein, wartet nicht. Oh. Ihr seid zu voreilig. Jetzt haben wir nämlich von links den Beschuss. Genau dem, was die angesiedet haben. Ja, wo ist der zweite? Da muss es irgendwo hinter den Bäumen sein. Wir müssen aber laufen. Ihr seid viel zu tricky, äh, Happy Trigger mäßig unterwegs. Wer ist, was wäre jetzt gewesen, wenn die einen angesiedet haben, den die grad beschießen wollten. Und der uns jetzt auch gesehen hat. Jetzt haben wir zwei Fronten. Oh. Ich laufe mal Richtung Häuser und Spitz. Wir müssen, wir müssen weiter. 200 ist auch einer vom Berg runter in die Stadt. Ja, wir können jetzt nicht weiter laufen. Ich bin schön nach Süden gelaufen jetzt. Ja, weil der Typ da noch liegt. Ich laufe jetzt auch nach Süden. Ich laufe im großen Kreis. Da müssen wir uns bewegen. In der Stadt ist Party. Aber wir müssen trotzdem eigentlich durch die Stadt durchrennen komplett. Wir müssen durch die Stadt durch. Wir haben keine Zeit. Der Kreis kommt schon. Ich hätte beschossen. Von rechts. Also von nach Osten. Trifft noch nicht irgendwer. Ich sehe den Typen, der mit uns abhandengekommen ist. Der liegt da. Das haben wir jetzt einfach liegen. Wo kommen die Schüsse her? Von Osten. Von dem Häuser ansammeln. Von Norden. Von Norden aus. Ich werde auch beschossen. Von Norden jetzt. Von Norden. Von Norden von der Stadt. 300 bis 310. Einfach weiter. Der ist direkt rechts von uns. Direkt 200. Hinterm Auto. Ich bin einfach weiter gerannt jetzt. Ihr könnt da nicht. Die sehen euch. Seid beschlossen. Ach shit. Hab ich angeschossen. Der ist weg vom Auto. Wir müssen halt einfach weiter. Wegen der Wand. Der Kreis kommt. Wir müssen jetzt rein in den Kreis. Geht nicht anders. Oh fuck. Pifa, lauf hin. Ja ich hab Schmerzmittel genommen. Ja das bringt dir nichts. Das bringt dir nichts. Rechts. Wenn du unter ein Drittel fällst. Ein großes eigentlich Fairpack. Und dann Energy. Dann hast du ne Chance das zu überleben. So ich bin drin. Ich hab einen niedergeschossen da hinten. Pifa ich hab dir geholfen. Ja da ist noch einer. Ja ich muss weiter rennen. Sonst bin ich tot. Ich seh sie. Leute wir brauchen Hilfe nach hinten gucken. Ich guck nach hinten. Aber ich seh keinen. Der läuft. Der hier ist gedowned. Ich hab's nur. Ich bin noch gleich down. Ich hab jetzt nichts mehr was ich nehmen kann. Keine Heilung. Heilen und dann weiter. Ich hab genau einen Energydrink an Heilung. Mehr hab ich auch nicht. Geil. Wir sind richtig gut ausgerüstet. Und hier drin ist nicht mehr was. Wann jetzt weiter? Äh in einer Minute. Die Zeit steht unten. Aber wir sind relativ close. Oh ne es geht genau zu den Häusern. Komm mal hier nach links. Wo ich bin. Guck mal. Ja. Eine Minute. Da wird geschossen bei den Häusern schon. Ja da wo schon geballert wird. Da müssen wir. Ja wir müssen trotzdem dahin. Oder wir gehen halt weiter hier. Aber wir sind. Ne kommt mit. Da ist ein Berg dazwischen. Da ist ein Berg dazwischen. Da ist ein Berg dazwischen. Oh direkt von mir. Was? Ja ich. Was sag mal an. Ja der hört Musik an und kommt zu mir an. Sag doch mal an. Ja. Da wo er gestorben ist. Genau da. Genau da. Alles klar dann weiter weiter weiter. Da ist er im Haus. Seid er hier drüben ist. Im Haus. Südlich. In dem Haus. Ja. Da in der Tür war er gerade zu sehen. Ich hab ihn. Da ist aber noch einer drin. Der ist aber direkt gestorben. Ich geh mal ran und geh mit der MP5 close. Weil ich keine Munition mehr hab. Die ist alles aufgeschossen ey. Die war richtig Krieg. Äh. Haus sieht an sich. Sauber aus. Hier sind Verbände drinne wenn du brauchst. Kommt ins Haus rein. Sieht sauber aus. Ich komm rüber. Kann mir jemand Deckung geben. Äh. Warte. Ich bin schon auf dem Weg. Achso. Ist das stimmt. Hat er irgendwas dabei gehabt der Typ? Ja. Ja Munition. Zumindest. Okay. Ich nehme mal das Red Dot von ihm ne. Ja kannst du. Na AKM ist hier noch drin. Das wäre natürlich nice. Da hab ich. Weil ich hab nur. Da würde ich meine UMP ersetzen. Moment mal. So. Ähm. Wie ist es aus im Kreis her? Wir müssen glaube ich ne. Ja. Wir müssen jetzt Leute. Wir müssen. Wir müssen. Wir können auch gar nicht stehen bleiben. Ja. Kann man die auch machen? Ja. Ich hab nur noch 11 Schuss ne? Wofür? Oh. MP5. Oh das ist ein Drop. Oh nein. Scheiße. Ach komm. Ja los. Wir versuchen es jetzt. Wir versuchen es. Wir haben unsere einzigste Chance. Zu überlegen. Dass wir einen Drop was kriegen. Find ich eigentlich nicht. Wir sind eigentlich grad ganz gut aufgestattet. Oh Auto rechts auf dem Berg. Hinter dem Baum. Hinter diesem komischen gelben Baum in der Mitte. Da ist auch einer. Ja die schießen ja schon auf euch. Ich versuche euch. Ich versuche sie bisschen zu umgehen. Einer ist down. Von denen. Äh. Ich kann nicht mehr rennen. Der war glaub. Noch einer? Ich seh keinen. Oh. Fuck. Wir sind beide hinter einem Baum. Da wo das Auto davor steht? Ja. An dem Baum da genau. Hinter dem Auto. Hinter dem Baum. Irgendwie da. Ich wär von der Seite angeschossen. Liegt man da recht? Äh. Einer ausgenockt hat beim Auto. Hab ich einen ausgenockt? Hallo. Ausgenockt? Sehr gut. Dann lauf ich weiter. Recht von uns angeschossen. Ich muss weiter laufen. Bin ich. Bin ich. Ich muss zum Auto laufen. Ich hab nix mehr. Keine Munition. Nicht einen Schuss. Loot ja los. Mach hin. Mach hin. Mach hin. Beim Drop ist übelst die Action. Beim Drop geht's richtig ab. Hier ist noch einer getötet worden, ne? Hier drüben hab ich noch einen getötet. Ja. Sanitäts-Tasche. Hier seid ihr das. Sanitäts-Tasche, wenn ihr raus. Sanitäts-Tasche. Hier sind die Sanitäts-Tasche, wenn ihr raus. Für dich hier ist die Kinder 7er Munition. Geht zu dem kurz? Äh. Ich bin looten grad schon. Der Fünfer? Ja. Der Fünfer. Der Fünfer war sehr gut. Der Fünfer war sehr gut. Richtung Nordwest, Richtung Nordwest. Ah, ich bin down. Scheiße. Ich bin wohl von der Sniper, glaube ich, gekillt. Ist der down da oben? Das sind die einen mit Steinen, die da schießen. Richtung Nordwest. Ah, jetzt bin ich down. Scheiße. Bist du down? Ach, du bist down. Ich wollte gerade zu dir. Oben. Genau westen. Siehst du den da, den Stein da oben? Nö. Ich sehe da keinen Stein. Hinter den Blättern wahrscheinlich bei dir dann. Wir müssen laufen. Okay, dann komme ich zu dir und wir laufen. Dann siehst du aus den Steinen, jetzt guck mal da oben. Ich habe noch irgendjemanden getötet, ich habe gerade noch Kill angerechnet gekriegt. Das ist verblutet. Nice, sehr gut. Die war wahrscheinlich vorher schon mal gekillt worden. Sag mal, wieder Schüsse vor uns. Kleine Hütte in der Mitte, zwei Leute. Alter, vier. Wir müssen uns damit einmischen, glaube ich, oder? Geh in den Busch da vorne, da stehst du besser als einen Baum. Links von dir da, also schräg links vor dir, die Büsche. Siehst du? Ich versuche uns hinten ein bisschen abzudecken von den Leuten, die vom Stein waren. Hock dich in die Büsche, wie ich das auch immer mache. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ich habe beschossen. Ich habe beschossen von Osten. Ich bin von Westen. Aber. Ich könnte jetzt den Job versuchen. Ne, könntest du nicht, weil du dich dann wegschießen. Ich glaube, da war schon einer dran auch, ne? Du bist im Kreis, ja, du bist im Kreis, geil. Ich bin gerade so im Kreis. Zeige Sekunde, du musst laufen, Dings, ne? Ja, ja, aber die hier hinter mir schießen. Ich habe einfach, aber nicht zu mir. Nicht zu mir, sondern irgendwie rechts oder links von mir, weißt du, dass sie nicht denken, dass wir die beide sind. Kleine Hütte in der Mitte sind zwei Leute, glaube ich. Mindestens zwei. Die können sich wahrscheinlich einfach aussitzen, dort in der Hütte. Ne, können sie gleich nicht mehr. Die dürfte gleich außerhalb sein beim nächsten Tick. Dann habt ihr gute Chancen wegzuschießen. Oben auf dem Stein war halt immer noch einer, ne? Der hat mich immer noch von dort beschossen. Der dürfte jetzt sterben. Also hier kein Runterrennen. Ich auch nicht, deswegen. Aber der nächste Kreis ist nicht die Scheiße für uns, weil die da alle im Haus sitzen können. Und selbstverständlich hat er die Kiste von Drop. Nö, warte mal. Das Problem ist... Wo ist denn der Drop? Genau links von mir. Links von Alex. Dann wird aber 100% abgehäbt durch irgendeinen Busch, der hier steht. Weil guck mal, sie leben noch sieben Leute. Geht davon aus, dass da schon vier drinne sitzen. Geht davon aus, dass schon jemand am Drop war, wenn ich ehrlich bin, sogar. Ich renne erst. Achso, ich muss ja nur mal kurz Pan-Killer. Du musst zehn Sekunden vor Schluss fallen. Ich renne jetzt so viel Schaden. Ich versuche den Drop zu kriegen. Hock dich dahinter. Nice. Ist eine Maschinenpistole, wie ist nicht gut. Geh dich schon mal. Ja, die ist nicht gut, die Maschinenpistole. Das ist diese mit den runden Dingen, weißt du? Kannst du mir Deckung geben, falls er mich schiebt, wenn ich jetzt über ein Schwer verlaufe? Du musst dann auch ein Stück weit hervor, musst du noch, ne? Also ein Stück weit hier an die Kante links hier an den Dingsbuschbrand. Das ist ganz nice. Dann kannst du die Türe nämlich abnehmen da zum... Ich sehe keinen. Ich auch nicht. Ich guck mal kurz. Wir sind definitiv da drin. Aber es können nur maximal vier da drin sein. Außer es ist noch eine Doppelgruppe, die irgendwie hier pre-reitet. Ein einzelner könnte noch leben. Vier da drin und ein einzelner rein, theoretisch. Alex, zur Kante. Hinter mir. Hinter mir. Links, links, die Büsche davon. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Da, links, da, da, da. Die laufen rüber in das Haus. Zwei Leute. Moment, ich komme. Einer ist daunt. Oh, ich habe meinen Kopf nicht gekriegt. Der zweite ist auch tot. Einer lebt noch dahinter. Einer ist da noch. Einer ist da noch von drei. Ne, ich habe gar nicht noch einen gekillt. Bin ich im Kreis. Ich muss mich heilen. Ja, lauf rein. Ne, ich heile mich. Er ist ja drin. Er ist drin aktuell. Boah, Alter. Kann sein, dass wieder zwei dahinter leben. Weil der wieder belebt wird. Wir hatten eine HE rein. Ja. Das müssen die letzten zwei sein rein. Das sind, ja, ja. Es sind nur noch zwei. Es sind nur noch zwei. WTF, der Kreis geht noch enger. Ja, ja. Das geht zu, bis keiner mehr da ist. Soll ich ans Auto ran? Ich habe noch eine Saiga. Traust du dich? Ich gehe mal dort ans Auto ran. Saiga, von links bist du safe. Von links bist du safe. Okay. Bleib da. Du deckst mich jetzt von rechts, okay? Ja. Also du deckst nach rechte Kante vom Haus, okay? Okay, okay. Der ist dahinter, denke ich. Ich denke, der ist dahinter. Ne. Niemand da. Denn sind die im Haus. Im Haus. Im Haus. Da drin. Einer. Einer drin. Einer tot. Warte, da ist noch einer drin. Zweiter tot. Nice. Fünf Kills habe ich. Wie viel hast du? Ich habe vier. Okay. Aber die Saiga ist halt so stark in dem Moment. Es geht so ab. Es ist so gut einfach. Wenn du halt wirklich die Saiga hast. Alter, guck dir mal den Ring an. Du schau dir aus. Der geht zu, bis keiner mehr übrig. Die hätten jetzt, die hätten jetzt, die hätten abwarten müssen. Die hätten raus müssen. Ja, hätten auch machen können. Nein, nein, die mussten raus. Die mussten drei Meter Minimum raus. Ja, ja. Die mussten auf das offene. Die hätten nur warten, bis auf die Tür aimen. Das war gut gewesen. Das war gut. Ja, so geht es ja auch. So was actiongeladener. WTF. Hast du noch...